Meinst du nicht? Und da blüht voll der gute Tomatenstängel. Oh Mann, die armen Leute hier. Was hat er? Seht er aus? Oder geht es dem gerade nicht gut? Oh. 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 Oh, da bin ich. Oh Gott, ich stachel die Leute auf. Oh Gott, ich... Oh Gott. Oh Gott. Ich stachel die wirklich auf. Uiuiuiuiui. Ich bin ja wirklich eine Schlimme. Und mein Dolch. Was hat er mir gegeben hat? Glühbirne, da geht es lang. Wie sind die Leute noch? Da bin ich. Wir denken, das bin ich. Also... Genau wissen tun wir es nicht, aber... Glühbirne denkt, wir sind es. So, wo geht es denn jetzt da lang? Muss ich hin? Hier brauchen wir den Maulwurf. Okay. Findet ihr die Musik auch so schön? Plupp. Da sind wir Maulwurf. Gehen wir mal als erstes hier. Oh. War das jetzt auch nicht geplant. Uiuiuiui. Ah, wartet mal. Ah, da. Keiner mit. Noch irgendwo. Nee. Hier nicht, aber ich habe draußen nicht nachgeguckt. Hier noch irgendwo. Nee. Uh, jetzt habe ich die Rübe rausgeholt. Hoppla. Den da haben wir rausgeholt. Und jetzt gehen wir erst mal weiter. Da ist nichts. Oh. Da ist ein Gang. Ist hier irgendwas Interessantes drin für uns? Nö. Gehen wir weiter. Und decken das auf. Da sind sie. Oh, Mistkerle. Oh Gott, da habe ich mich erst erschrocken. Wombat, bist du lebensmüde? Ich kann das auch. Alles kaputt. Alles kaputt. Ah. Ah, Hilfe. Geht nichts mehr. Da glitzert's. Oh. Keramiktopf. Ui. Da habe ich gerade alle kaputt gemacht. Okay. Ja. Mieser Herrscher. Was bist du denn für ein... Oh, so viel. Was ist das denn für einer? Kann ich da irgendwie lang eigentlich? Nö. Da kann ich nicht lang. Okay. Klein zu sein ist doof. Ah. Oh. Wartet. Wo geht's denn jetzt lang? Oh. Was ist denn das riesiges? Oh. Oh. Und jetzt? Ach, ein Tunnel. Ein Tunnel. Ah. So. Oh. Okay. Okay. Das ist ja cool. Hier ist nichts. Meine Güte. Wie geil. Oh. Durchkram, ja? Nö. Haben wir noch was rausgefunden hier? Huh. Ach so. Ach. Ich dachte schon, es ist mein Spiegelbild. Weil er sich genauso bewegte wie ich. Naja, egal. Dann gehen wir erst einmal weiter hier durch. Boah, wir rammeln hier alles weg. Da geht's einmal nach rechts. Ah, da geht's nirgendwo lang. Okay. Ich hab irgendwie Angst. Da ist ein Wombat. Da ist ein Pilz. Das kommt mit. Wombat, mach bitte Platz. Danke sehr. Ja. Sind wir bald durch hier? Was ist das eigentlich für eine Art Maulwurf? Wo geht's hier lang? Hier geh ich ja wieder zurück. So einen Maulwurf hab ich noch nie gesehen. Ich hab bis jetzt immer nur die ganz normalen gesehen. Und da sind die Wombats wieder. Da ist Glühbirne. Geh zurück. Ich muss mir einen Überblick verschaffen. Wo? Wo bin ich denn jetzt? Da unten sind wir durchgebrettert. Jetzt, wenn ich hier lang gehe, da ist das Tomatenfeld. Und hier geht's hoch. Okay, anscheinend sind wir richtig, oder? Da muss ja sein, oder? Oh, da ist noch ein Pilz. Ja, also ich... Ja. Da fehlen mir die Worte. Ich denke, wir sind richtig. Ich hoffe auch, wir haben nichts vergessen. Oh, was haben wir denn hier? Lass uns mal sehen. Wir stürmen die Bastille. Papa! Beschützer des Königreichs und die Stärksten der Yen Rana. Oh Gott. Wir verraten Papa. Was war deine Widersacher? Du hattest keine Chance. Oh Mann. Zwing mich nicht dazu, Kalani. Dein Herrscher nimmt sich unsere Ernte. Deine Soldaten prügeln uns nieder. Wir nehmen das nicht mehr hin. Wir werden uns wehren. Was machst du da? Du hast mir keine andere Frage lassen. Oh Gott. Papa! Wailer ist da drin! Nein! Wailer! Gott. Papa hat Wailer umgebracht. Ja, dann kann ich mit dir wissen, dass du da etwasst. Ja, das war ein. Der hat hier etwas in der Mitte. Aber nach вам ist es schon nicht nett, Und dass das ist. Das war ja super. Beidee sind denn hier. Bis zum ersten Mal. Und da, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Amen. Erinnerst du dich an etwas? Nein. War er das? Ja. Er hat dein Haus niedergebrannt. Ja. Und Oela hat sie... Oh. Oh, Wolf. Es tut mir so leid. Ich weiß, wie sehr du sie geliebt hast. Papa hat Oela umgebracht. Papa hat Oela umgebracht. Ich kann es nicht fassen. Er hat Oela umgebracht. Unser eigener Vater hat unsere Freundin umgebracht. Oh mein Gott. Ich sehe mich jetzt noch mal ein bisschen um, bevor ich da durchgehe. Ich dachte, eigentlich da oben ist was. Äh, soll man da noch so... Da ist ein Pilz. Aber erst gucke ich mal kurz... Jetzt piept es hier schon wieder. Kann man mich nicht mal in Ruhe lassen, wenn ich was aufnehme? Ich habe fast keine Aufnahme, ohne dass es irgendwie klingelt, piept oder sonst was tut. Oh Mann, ey. Ich sollte mir echt angewöhnen, meine Sachen auszumachen, wenn ich aufnehme. Jetzt kriege ich... Aua, jetzt kriege ich auch noch... Aua, ich kriege einen Krampf im Fuß. Ne, in der Warte. Aua, 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 aua. Ah, es tut so weh. Oh Mist. Oh. Oh, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich andauernd Wadenkrämpfe gehabt, ne? Oh, das war so anstrengend. Ah, da ist auch noch einer, okay. Ja, nimm ihn. Jeden Morgen. Fast in beiden Waden aber auch. Oh, und der geht auch nicht weg hier. Oi, oi, oi. Irgendwann, wenn ich mich gestreckt habe. Oh, mein Gott, jetzt muss ich kurz mal... Oh, ich muss da mal kurz... Meine Güte. Aua. Was fehlt einem denn eigentlich? Magnesium, glaube ich, oder? Wenn man so viele Krämpfe kriegt. Oh. So, gehen wir da jetzt schon mal durch? Würde ich auch sagen, oder? Hm. Guckt mal, wie süß ich aussehe. Diese großen Öhrchen. Aber das Weiß wird schon ein bisschen mehr, oder? Irgendwie, so unauffällig wird das immer mehr. Aber Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn dieser Part euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und einen Kommi. Wenn es euch generell mit mir gefallen hat, hinterlasst auch sehr gerne ein Abo für diesen Kanal. Würde mich mega freuen. Ist alles kostenlos. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Lost Ember... Jetzt musste ich überlegen. Lost Ember zusammen mit Mariposa. Bis dann also. Ciao. Schönei. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020